Der Filou, der seufzt den Triller zur gleichen Zeit. Der Triller ist echt, aber der Seufzer ist falsch. Werden denn eigentlich alle Frauen betrogen oder nur die, die es sich gefallen lassen? Ja, ich will mir es ja nicht gefallen lassen, aber ich bleibe untröstlich und bin untröstlich. Bis der Nächste kommt. Alfred! Eine kleine Stärkung, das ist aber lieb, lieb und aufmerksam. Was tun Sie da? Ich mache mir es gemütlich. Im Schlafrock meines Mannes. Steht ihr mir nicht ausgezeichnet? Ich will mir einbieten, ihr gemalt zu sein. Um Gottes Willen! Freust dich denn gar nicht? Freuen soll ich mich? Auf heute Nacht! Das ist doch... Und morgen früh? Morgen früh? Zum Frühstück, Korn, Milch, Kaffee, was Anständiges. Aber Alfred! Roastbeef! Roastbeef! Kaviar! Kaviar! Harte Eier! Aber Alfred! Rusalinde! Aber Alfred, wollen Sie die kompromittieren, die Ihnen einst teuer war? Jö! A Tokajah! Nur das Beste für die Hochzeitsnacht! Der macht mich noch ganz wahnsinnig! Beruhig dich, Rosal! Das trinken wir dann aber nachher. Singen wir und dann... Nur nicht singen! Das macht mich ganz schwach! Trinken, Liedchen, trinken, schnall! Trinken macht die Augen hell! Sind die schönen Augen klar? Siehst du alles Licht und Farb? Siehst du alles Licht und Farb? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020